Dann zögern wir nicht raus und sagen 3, 2, 1 und bitteschön. Was nehmen wir denn für ein Auto? XA21 811 Ne Dann nehmt ihr alle was ihr wollt. XA21 und mit dabei der Baum, der Kloppo, Falke, mehr konnte ich nicht sehen. Herzlich willkommen zurück! Ja, das ist meine liebende Stimme. Der Schlumpf! Ne, ne. Ich weiß nicht, was er ist. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Der Schlumpf, hallo schon, bitte! Wäre das nicht eigentlich da? Willst du diesen Ausspannforsen bitte, macht man das von dir so davor? Was? Sag mal, wo kommt du denn her? Aber ich bin schon irre! Der Schlumpf, hallo schon, bitte! Oh Mann! Sehen dort alle so aus wie du? Nein, sie sehen so aus wie du! Achso. 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 Ich würde da mal komplette rausdrehen hier, ne? Gedanken machen. Das ist einfach nur Stimme des Kreis fahren, ja? Das ist eine Jens, Meg. Boah, Boxengasse, Boxengasse, Boxengasse! Bein, dass Boxen Luder werden dann bitteschön, ne? Ohohoho! Sonnen, wir pushen und so. Vielleicht sollte ich die Beschreibung lesen. Stimme! Stimme! Hahahaha! Hahahaha! Weißt du, was komisch ist? Wenn man so, wenn man so einfach redet, alle lachen und man das so wieder ein, äh, wie dann so den Sinn bekommt, dass man jetzt Stimme zu hören hat. Hahahaha! Hahahaha! Das Problem ist gerade nur, ich kann ihn leider nicht ausmachen. Hahahaha! 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 Wieso seid ihr denn alle so schnell? Weil wir nicht sind. Hast du in den Schatten, Junge? Hmmm... Jetzt... Langsam... Ich tue schon immer ab und zu mal auf der Bremse drücken, dass sie ein bisschen näher kommen. Na, jetzt soll... Hahahaha! Hahahaha! Hui! Ah, endlich! Oh, jetzt, jetzt! Hahahaha! Hahahaha! Das ist ja richtig fies, ey! Ich komme ja gar nicht wieder an den Schatten! Hahahaha! 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 Hey! Sorry! Komm, Janner, den letzten kriegen wir noch! Hahahaha! Ach, ich muss nicht so weit hin! Ich muss nicht so weit hin! Ich muss nicht so weit hin! Spannung pur hier! Sorry, Ray. Ob wir shoppen hier? Ich weiß es nicht. Habt ihr sie überrundet? Noch nicht. Aber gleich. Aber gleich. Ihr habt ja mal nur noch drei Punkte oder zwei Punkte. Aber wie seid ihr denn so sch... Ray, du musst Schem sagen, ne? Ray? Ja, ja. Oder Bene, du musst doch Schem sagen. Hey, du hast... Jackie, wir pushen uns den ganzen Zeit durch. Okay, ja gut, denn ist logisch. Oh nein, ich krieg's nämlich auch so mitfahren. Ich hab auf Jackie noch 80 Sekunden. Wir hätten sie auf jeden Fall noch erwischt. Ja, lass durchfahren. Ja, ich war eine Runde mehr und ich hätte sie auch erwischt. Ja, aber Jens und ich... Der war gut, Jens, ne? Der war nicht schlecht. Ich komm mir vor, als wäre ich mit nem Bock... Ich bin der schön lustig. Ja, aber Jens und ich, wir haben uns den ganzen Zeit hochgepust. Das sind Bibi und Tina, von Mateos und Sabrina. Boah, ey, Jens, ne? Guck dir, wie sich das an... Das war krass. Jackie, du hast jetzt nur zwei Möglichkeiten, die 100 Punkte zu knacken. Na, da komm ich nicht hinterher. Ich werd ja einmal gleich am Anfang rausgekacken. Nee, ich hab über 100 Punkte! Sag mal! Die zwei Möglichkeiten, eine Möglichkeit. Also, Dune only. Dune, okay. Nein! Doch! Warum? Ach der! Ja gut, dann. Mann, ey. Auch wenn ich da wieder verlieren werde, ist mir scheißegal. Ach Mensch, geht die doch um Spielplatz! Nein! Viel Spaß und Spannung, in jedem Dienst Mai! Nein! Check-in! Ich hab's wieder getan, ja. Und es kommt bestimmt wieder so ein Wall-Ride und so ein komisches andere Scheiß-Teil, wo ich bestimmt nicht hinterher komm. Aber Jackie, damit bist du dein letztes Mal schon auf die Schnauze gefallen. Ja. Als du der einzige warst mit dem Eiswagen. Ich fall da gerne mit auf die Schnauze. Das ist jetzt wieder so ein typischer Dis-Respink, ne? Ja! Typischer Elefanten-Rennen. Typisches Elefant-Rennen. Nein! Was ist das denn? Ja! 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 Ich fahr... Ich fahr euch ja noch hinterher, ey! Wack! Du schiebst uns aus! Hab ich gar nicht. Ich hab dich rausgeschoben. Geh unter mir weg, du bo! Ich hab dich rausgeschoben. Nachmann, Jens! Was ist denn denn schon wie nah? Du bist schuld! Was denn? Du bist gar nicht schuld. Das war Chris. Hey, Achtung! Du sagst, geh unter mir weg, ne? Und wegen dir bin ich rausge... Wegen dir bin ich rausgeflogen. Ja, ich! Toll, jetzt hab ich den fucking Sprung nochmal machen. Warte mal, wie sitzt dein Walride? Da ist ein Walride. Nein! Ich bin noch nie Walride mit den Dingen gefahren. Da ist... Nein! Der ist aber easy, der Walride. Okay, ich hab wieder was, was ich nicht schaffe. Der geht hoch. Der geht hoch. Der ist scheiße! Der geht wieder runter. Hur! Wie soll das funktionieren? Wie soll das mit ihm funktionieren? Hur! Der ist so schmal! Okay! Der was schießt! Nein! Nein! Mann, ich hasse dich! Ja... Nein! Ich geh aus den Windschatten! 1 wieder fast zur seite wer baut sowas ich weiß steht in der beschreibung aber warum ach baum er kriegt man ja nicht mal richtig anlauf bei dem map hier ich weiß wenn ich zwei manns kann ich hatte einfach eine erinnerung bis mir eine kirche ich habe einen dune zu bauen jetzt ohne witz ich hatte ihn fast ich hatte ihn fast oh fuck alter das ist doch wirklich wahr vor allem der wird auf einmal auch noch ganz dünn naja sowas war ich auch schon mal ja danach ist ja eine röhre ja ja habe ich gesehen ich glaube wir alle mehr vorbeifliegen oh fuck ich komme da nicht hoch was ist los ja warum was los ja warum ist der auf einmal so schwer und dann geht der auch noch hoch runter ja ja und dann wird er doch schmaler hä der geht schon mit voll vorsicht jackie alter oh das war fies tut mir leid könnt ihr nicht warten ihr schweine wenn ihr alle warten würdet dann würdet es auch jeder schaffen aber so rammelt ihr euch doch gegenseitig raus nein das ist nicht wahr geht's weg nee 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 ich bin daneben geflogen wo ist denn das ziel auf der grünen plattform da oben ja auf der grünen plattform da oben ja ja ach bitte nicht Jens 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 Och Mann Alter wer ist denn da schon durch keiner ich bin doch recht weit gekommen grad ich bin doch recht weit gekommen grad kann man da nicht irgendwie die Air schieben ne leider nicht hast du da oben aufgeflogen schon wieder nicht geflogen geflogen ach Mann lassi hoch booyah da rant der ist wie geht's ich fliege wieder neben dritter sprung drittes war daneben alter ok ich bin abgestürzt da habe ich zu wenig kommt sie du wichser ich würde jetzt gerade so können das wort aussprechen so guten tag ihr wichser echt war ich noch nicht ach so denn sagst du ich fall raus ist schon klar ist schon klar ich verstehe das da du geiles stück schwulheit den schaff ich pass auf ich zeig dir wie ich den schaffe ja 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 war das geile schuss hat geschafft was bitte vorbeziehen ich will es auch noch schaffen du bist lustig erst mal hochkommen überhaupt schon einer drinnen ja zwei So, jetzt nehmen wir den TryHard A genauer unter die Lupe zur Analyse. Ihr seid so fies, echt. Ja, schön hoch, schön hoch, 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 gerade, runter, 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 hoch, 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 schmal, 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 schmal. Ja, ja, und? Ja, Cheating, Cheating. Ja, ja, Cheating. Ja, das war volles Cheat, nochmal. Danke, Kloppo, ne? Du schaffst das so nicht. So, hältst du da oben schon. Ja, im Saft, kannst du gleich loskommen. Okay, schade, ich dachte, was das war. Der hat das auch so gemacht. Also, ich war schneller. Stell dir vor, dass mir doch geht, der ist von Andreas, dann würdest du jetzt brennen. Guck mal, ich schwebe mich jetzt. Geh hin. Dann fliegt jemand weg, weil runter, Alter. Allein dafür lohnt es sich jetzt nicht ins Ziel zu fahren. Ich gucke jetzt Jackie zu. Das bringt nichts, mir zuzugucken. Ich schaff das nicht, weil meiner zu langsam ist. Okay, ich fahre doch ins Ziel. Achst, Butter. Träum weiter. Oh, oh, oh. Nice, Kloppo. Ja, Premium. Jackie, behalte dich, bevor Jens respawnt. Premium, Kloppo. Luck. Einfach nur Luck. Der sah doch gut aus, der Versuch. Jetzt geht in Leerlauf, Jackie. Ne, ich kann nicht. Ich muss Vollgas geben. Ich komme da sonst nicht rüber. Echt? Das war sehr witzig. Jetzt hast du es quasi geschafft. Ja, aber ich bin zu langsam. Es trifft. Ja. Super. Aber das ist schade. Das ist das. Das ist schade. So weit war ich vorhin auch schon mal. Also entweder das Ding ist zu schwer oder halt zu langsam. Ist das ein Kegner? Hallo. Der hat Kegel auf deinen Knopf runter. Wer bewirft mich in meinen Knopf? Wer ist da oben beim Ziel gerade? Ich der Kloppo. Du hast gerade deinen Knopf auf Jackie geworfen. Ich habe gar nicht auf Jackie geworfen. Ich stehe hier einfach nur. Ja, klar. Ich stehe hier einfach nur. Gib's zu. Ich bewege mich hier keinen Millimeter. Der hat aber die Pins. Die du da runter willst. Ich werfe hier gar nichts runter. Guck, ich stehe hier einfach nur hier. Ne, ich gucke dir nicht zu. Das ziehe ich gar nicht ein. Machst einen auf Luther, ne? Ich stehe. Kann nicht. Das wäre jetzt gut gekommen, wenn du den Christa direkt noch abgeräumt hättest. Hm. Hab ich schon diverse Gelegenheiten, immer einen zweiten mitzunehmen. Christi ist schlecht aus. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. Hätte man einfach nochmal respawnen können. Das Ganze nochmal versuchen können. Ich finde es jetzt so geil. Hörst du noch Bum, 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 Bum. Jens, jetzt den Windschatten könntest du sogar versuchen, direkt in die Röhre zu springen. Jetzt. Achso, das stimmt. Das kann man ja auch versuchen. Bin halt abgekürzt. Was? Schade, Chris. Äh, Jens. Sag gut aus. Jackie? Was denn? Probierst du es überhaupt nicht? Hm, wie viel? Ich kann das ja probieren, wie ich lustig bin. Ich schaffen tue ich es ja, aber ich komme halt nicht weit genug, weil ich nicht den Speed kriege. Baum hat verlassen. Baum hat verlassen und dann eure Chance. Tschüss, Baum. Schönen Dank. Oh, Baum, das ist schlecht. Ich glaube, wurscht, vorne schnell rein, das ist sowieso schon. Ich glaube, Mama hat Internet gezogen. Nee, der redet auch noch. Hm, Rathore, das macht, okay. Baum verlässt du einfach, Baum. Äh, ich gehe jetzt auf. Ja, aber du hättest ja wenigstens warten können, die anderen wollten auch beenden. Oh, scheiße. Du, dich ist jetzt der Timer angemessen. Das war dumm. Oh, fuck, sorry. Er hat die indirekte Jackie gemacht. Oh, Baum hat die Jackie gemacht. Ja, aber das ist wirklich fies. Wenn man weiß, man geht, dann darf man nicht reinfahren. Ernst, echt? Aber ich wusste nicht, dass ich gehe. Oh, ho, ho, ho. Ich wusste nicht, wie lange ihr noch braucht. Und da dachte ich, nee, komm, kann es jetzt nicht noch ewig warten. Dann sag doch vorher was. Frag doch, sag was. Ja, ich hatte es nicht dran gedacht. Ich bin noch dritter. Danke, Baum. Immer diese Egoisten hier, ey. Ja, damit haben sich nach und nach die Reihen gelichtet. Viele haben angefangen, wenige haben beendet. Wir waren am Anfang elf und sind nur noch sechs. Ja. Nur der harte Kern. Wir waren am Anfang 13. Echt? Ja. Ja, in diesem Sinne schwiegen wir noch ein bisschen in der Vergangenheit. Bis dahin, Leute. Ring out. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.